Nachdem wir jetzt schon länger keine neuen Hinweise zu einem möglichen Nachfolger von The Sims 4 hatten, haben die Entwickler ein paar interessante Stellenausschreibungen zu einem mittlerweile sehr wahrscheinlichen The Sims 5 Teil veröffentlicht, die ich euch in diesem Video zusammenfassen möchte. Wenn man sich aktuell ein wenig auf der EA-Jobseite herumtreibt, findet man massig neue Jobausschreibungen, die alle nicht mit The Sims 4 zu tun haben. Es werden Jobs für die Benutzeroberfläche, Objektemodellierung, Softwareentwickler, Game Designer und viele mehr gesucht, die alle benötigt werden, um an einem neuen Sims-Projekt zu arbeiten. Anhand der Beschreibung und gesuchten Berufen kann man ebenfalls schon erste Rückschlüsse ziehen, in welchem Stadium sich das Spiel befindet und was für grobe Features möglicherweise im Spiel auftauchen könnten. So wird ein Softwareentwickler gesucht, der Erfahrung mit der Unreal Engine und Unity hat und damit ebenfalls Prototypen für Spiel erstellen soll. Um das genauer zu erläutern, bevor ein Spiel irgendwann in die eigentliche Produktion geht, werden zuerst einige Prototypen und Testversuche erstellt, die schon mal den extrem groben Ablauf des Spiels, größere Features und teilweise auch schon mal die ungefähre Stilrichtung grob skizzieren sollen. Hierzu verwenden die Entwickler meistens noch nicht mal dieselbe Engine, mit der dann das eigentliche Spiel letztendlich laufen wird. Auch schon für den Sims 4 Prototyp wurde die Unreal Engine verwendet, mit der das eigentliche Spiel heute aber nichts mehr zu tun hat. Natürlich könnte es aber trotzdem sein, dass die Entwickler mit der Unreal Engine den nächsten Teil entwickeln werden, vielleicht erfahren wir dazu in späterer Zukunft noch mehr. Für den aktuellen Stand heißt das also, dass das Spiel auf jeden Fall noch in den Kinderschuhen zu stecken scheint. Die Entwickler haben sich vielleicht schon über grobe Ideen und Gameplaymechaniken Gedanken gemacht und starten jetzt mit der Ausarbeitung. Auch in einer anderen Stellenausschreibung heißt es, dass eine gesuchte Stelle mindestens zwei Jahre im Team bleiben wird. Wahrscheinlich bedeutet das ebenfalls, dass wir vielleicht in frühestens eineinhalb Jahren ein paar erste Informationen zu AMD Sims 5 erhalten werden. Und ein weiterer interessanter Punkt in den Stellenausschreibungen? Um sich für die Stelle zu qualifizieren, muss man Begeisterung für neue Geschäftsmodelle wie Abo-Services und Cross-Plattform-Spiele mitbringen. Scheinbar denken die Entwickler an einen Sims-Teil mit einem Abo-Service und Unterstützung für verschiedene Plattformen wie Konsolen, Smartphones und natürlich den PC. Aber Achtung, nur weil diese Punkte in der Stellenausschreibung aufgeführt sind, heißt das natürlich nicht, dass die Entwickler auf jeden Fall ein Abo-Service ins Spiel bringen werden. Aktuell ist es noch zu früh, um hier zu große Vermutungen anzustellen, die Entwickler scheinen aber langsam mit dem fünften Teil groß zu starten. Was denkt ihr zu den neuen Hinweisen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.